ah und die autoden kommen aus ihren löchern gekrochen das nächste problem habe hinter mir einen oger gehört aber ich verschwinde einfach ganz schnell von hier so jetzt bin ich wieder bei der ancient dickseid was passiert eigentlich wenn ich den teleporter hier ausmachen und mich mal dahin stelle nix ok und der bringt mich wieder hierhin zurück knopf ist das hatte ich alles schon ja da ist der tod der bringt das bringt mir nämlich hier oben hin ich müsste eigentlich dann hier landen wenn ich hier irgendwo runter springe dann könnte ich vielleicht mal die ruinen da abgehen ja geh du mal auf und zu wo ups hi F-Capacity minus 1 Die ziehen nebenab Das ist absolut nicht schön Ja Ich hab Angst Ich hab verdammt viel Angst gerade Ah Shit Bitte lass mich rasten Bitte sagt mir nicht dass jemand gespawnt Ich hab Angst Okay Nein Ah, das ist falsch Wir haben schon wieder Max Health verloren Ähm Hier können unmöglich so viele Mumien sein Okay Wo lande ich jetzt? Ich habe vergessen, wo ich gequicksavet habe Ja, da war das Problemchen So 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 Das kann richtig sein, die wir spawnen hier drin Verdammt schnell Das war wieder der falsche Ja, ist schon gut Okay Immer mehr von denen rumlatschen Habe ich gerade Pause zum lesen Among these Also in diesen Gräbern liegen großartige Thule antiker Magie und Waffen Wir sind aus der Von der Erde und vom Himmel Und unsere Kunstwerk Also unser Handwerk folgt dieser Äh, diesem Äh, Fashion halt Hier liegen einige der größten Luftmagier und Erdmagier unserer Zeit Nur die hingebungsvollsten und erfahrensten Können ihrer Können unserer elementaren Können unserer elementaren Kraft entsprechen Unsere mumifizierten Beschützer werden niemals enden Gebunden an antike Geister Werden sie niemals rasten, bis wir sicher sind Unsere grundlegenden Katakomben werden geplündert werden Aber unsere größten Schätze bleiben unentdeckt Werden, äh Unsere Gems werden Ah, ja Unter Stress übersetzen Aha Okay Mhm 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 Ja 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 Das war's für heute. Okay, eigentlich sind die Mumien nicht so heftig. Ich kann sie eigentlich mit meinen Nagdkämpfern. Kannst du töten. Sein Problem ist halt, wenn sie mich treffen, genau, dann verliere ich nämlich maximales Leben. Ich hoffe jetzt einfach mal, sie respawnen nicht, wenn ich mich nicht bewege. Ein Secret gefunden. Eine Münze. Höhere Protection, weniger Dings. Sword of Nexon Skull. Ich habe jetzt Schwerter plus zwei. Das bringt eigentlich gar nichts. Das bringt einen Gaia Ball. Okay. Meine ganze Party ist eigentlich noch relativ lebendig. Auf war. Auf war. Vielen Dank.